Ja, moin moin und meddel meine lieben Freunde. Heute gibt es einen frühen Frühstückskäse, weil ich den ganzen Tag beschäftigt bin, aber es gibt etwas, was ich noch mal kurz besprechen möchte. Falls ihr den Schanzenwatch Broadcast auf Telegram abonniert habt, Grüße gehen an dieser Stelle raus, kann man sehr empfehlen, wenn man Infos aus erster Hand haben möchte, dann habt ihr bereits gesehen, dass Reiners Abonnements mal wieder nicht verfügbar sind. Beziehungsweise nicht die Abonnements, sondern die Mitgliedschaften auf seinem Kanal, für die man bezahlen muss. Hier ist einmal das Bild, was dort gepostet wurde. Zitat Hallo XYZ. Die Funktion Kanalmitgliedschaft bei Drachenlord wurde pausiert, deine Mitgliedschaft wurde deshalb ausgesetzt. Du wirst benachrichtigt, wenn sie wieder aktiviert wird und deine regelmäßigen Zahlungen fortgesetzt werden. Du kannst diese Mitgliedschaft auf einem Computer oder einem Android-Gerät jederzeit auf der Seite Käufe kündigen oder eine Erstattung der Zahlungen für den letzten Monat beantragen. Viele Grüße, das YouTube-Team. Zitat Ende. Das bedeutet also, dass man im Moment kein Mitglied bei Rainer werden kann. Das hatten wir auch schon mal vor kurzer Zeit, wenn ihr euch daran erinnert, denn damals war es so, dass Rainer seinen Kanal bezüglich dem Netzwerk umgestellt hat. Als Rainer damals dem Netzwerk beigetreten ist, wurde sein Kanal umgestellt, denn das Geld vom Kanal geht seitdem an sein Netzwerk und Rainer bekommt dann vom Netzwerk ja nur noch 90% oder sogar weniger, je nachdem was BBTV dann noch abzieht. Das habe ich ja damals am 15.05., also ziemlich genau vor einem Monat ja schon mal besprochen. Das Video von damals verlinke ich auch in den Videobeschreibungen. Ich habe in dem Video ja auch gesagt, dass Rainers Auszahlungen nun sehr viel später stattfinden werden. Normalerweise hat er von YouTube direkt seine Einnahmen, zum Beispiel aus April, am 21. Mai bekommen. Also meist so 20 bis 22 Tage im Folgemonat. Je nachdem, wie schnell es denn dann auf dem deutschen Konto war. Nun ist ja aber noch ein Netzwerk dazwischen geschaltet und nach den Informationen von Leuten, die ebenfalls bei BBTV waren, ist die Auszahlung von denen, zum Beispiel der April-Einnahmen, erst Mitte Juni. Und nun schaut mal aufs Datum, meine Freunde. Zufall? Ich glaube nicht. Ich gehe davon aus, dass Rainer nun seine erste Zahlung von BBTV bekommen hat, nämlich die Einnahmen aus April, die eher schon geringer waren als sonst, da Rainer ja Anfang April seinen Lappen abgeben musste und dann nur noch mit Mona direkt unterwegs war und somit kaum mehr Videos von unterwegs kamen. Und so wie ich Rainer einschätze, hat er nach dem Erhalt der Zahlung den Vertrag mit BBTV gekündigt und den Kanal wieder jetzt so umgestellt bezüglich Zahlung, dass er das Geld wieder bekommt. Naja, was heißt nun gekündigt? Wahrscheinlich wird es ein Schnellschuss gewesen sein, weil er sich über die geringen Einnahmen geärgert hat. Dazu muss man sagen, dass ich die Infos habe, dass Rainer auch vor BBTV gewarnt wurde und er das halt so abgetan hat von wegen, Jaja, lasst mich mal machen, ich weiß ja schon was ich mache, ich habe denen aber auch schon klar gemacht, dass man mich natürlich nicht verarschen kann. Ob Rainer das natürlich genauso an BBTV weitergegeben hat, glaube ich kaum. Allerdings scheint er sich mit dem Thema, dass BBTV vielleicht mehr als die 10% abziehen könnte, beschäftigt zu haben. Dazu sei noch einmal gesagt, das ist auch deren gutes Recht, wenn Rainer den üblichen Netzwerkvertrag von denen unterschrieben hat, denn da ist halt klar geregelt, dass die mehr abziehen können, wenn irgendwas anfällt. Nun ist ja also scheinbar wieder eine Änderung am Kanal wieder vorgenommen worden. Und Stand jetzt, wir haben es jetzt ca. halb 5 morgens, wo ich das Video aufnehme, ist auch noch nichts wieder aktiviert, sodass man Mitglied werden könnte. Beim letzten Mal dauerte es keinen Tag, bis die Mitgliedschaften wieder aktiviert waren. Schauen wir mal, ob heute die Funktion wieder aufploppen wird. Dann können wir ziemlich sicher sein, dass Rainer die Zahlung wieder auf sich umgestellt hat. Zumindest ist das meine Meinung, denn es passt einfach nur zu gut, dass er genau jetzt die Zahlung bekommen hat und davon so enttäuscht war, dass er das nicht mehr mitmachen möchte. Was das dann für rechtliche Auswirkungen hat, weiß ich persönlich natürlich nicht. Allerdings glaube ich kaum, dass Rainer so einfach aus diesem Vertrag rauskommt. Dann wäre BBTV ja schön blöd, ist ja ganz klar, dass die wahrscheinlich gewisse Fristen haben und die YouTuber natürlich nicht einfach so wieder aus ihren Verträgen rauslassen, wenn denen die Umsätze halt irgendwann nicht mehr passen. Da wird Rainer ja wahrscheinlich nicht der Erste gewesen sein, der der Meinung ist, dass die Umsätze zu niedrig ausfallen. Aber lasst uns das bitte noch einmal aus Rainers Sicht durchdenken. Rainer hat einen Vertrag mit einem Netzwerk gemacht, was er eigentlich überhaupt nicht benötigt. Vor allem ja jetzt nicht, wo er keine Videos mehr macht, aber trotzdem natürlich dafür bezahlt. In Form von diesen Prozenten, die er abgeben muss von seinem Umsatz. Seine letzte Umstellung auf das Netzwerk erfolgte Ende April. Da hatte Rainer schon keinen Lappen mehr und wusste, dass er sich jetzt wahrscheinlich verstecken wird und kaum noch aktiv unterwegs sein wird. Das bedeutet natürlich auch, kaum noch Videos und kaum noch Klicks. Keine Streams mehr und so gut wie nichts mehr, was auf ihn schließen lässt. Das zieht er ja auch bis heute noch so durch. Aber warum denn das Netzwerk? Was bringen diese Einnahmeverluste für Vorteile? Rainer, du machst ja kaum noch Videos. Es gibt im Grunde seit Jahren ja nur ein Thema für dich und das sind die Hater. Und die hast du nun nicht mehr vor deiner Haustür stehen. Also hast du auch keine Rage-Videos, die zum Beispiel gestrikt werden können oder sonst irgendwas, was kontrovers sein könnte, wo dir das Netzwerk bei helfen könnte. Zum einen natürlich eine absolute Bereicherung, dass man jetzt diese Ausführung von dir zu bestimmten kontroversen Themen nicht mehr anhören muss, also zumindest für uns Zuschauer einen Vorteil, aber zum anderen natürlich für dich ein großer Nachteil, dass du einfach deine Einnahmen halt nicht mehr so hast, wie du sie vorher hattest, sondern jetzt halt einen gewissen Prozentsatz abdrücken musst. Und dann halt ein Netzwerk, das dir Emotes basteln soll? Wofür? Für nicht vorhandene Streams? Also ich bin halt schon davon überzeugt, dass er schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, dass sich dieses Netzwerk jetzt halt im Moment für ihn halt kaum noch lohnt und nun, als die Zahlung dann angekommen ist, ihm wirklich klar geworden ist, wie stark seine Einnahmen zurückgehen, zum einen natürlich durch BBTV, aber zum anderen natürlich auch aus dem Grund der nicht mehr vorhandenen Klicks. Und dann möchte er jetzt halt nicht mehr diese 10 plus x Prozent an BBTV abdrücken. Ist natürlich nur meine Meinung zu diesem Thema und nichts Konkretes, aber für mich passt das halt alles zu gut. Natürlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Kanal von Rainer die Monetarisierung komplett verloren hat. Das kann ich mir persönlich aber nicht vorstellen, aber das wäre natürlich der absolute Wunschtraum. Einen kleinen Punkt möchte ich aber auch noch einmal ansprechen bezüglich der Mail zu der Mitgliedschaft, die alle Mitglieder von Rainer bekommen haben. Und zwar der Hinweis, dass auf der Seite Käufe Kündigung vorgenommen werden können oder Erstattung der Zahlung beantragt werden können. Das wird Rainer auch nochmal wirklich Geld kosten. Und wenn es nur vielleicht vier bis fünf Prozent seiner Mitglieder sein werden, die nun die Schnauze voll haben und durch den Hinweis nun Taten folgen lassen, dann sind es immerhin noch vier bis fünf Prozent weniger Einnahmen wieder für Rainer. Wahrscheinlich sogar etwas mehr, weil die Abonnements von seinem Kanal ja den Großteil seiner kompletten Einnahmen ausmachen und die Klicks ja eher zu vernachlässigen waren. Und auch wenn die Mitgliedschaften vielleicht in einem Tag dann wieder laufen sollten, glaube ich schon, dass ein paar von den Mitgliedern jetzt nicht mehr gewillt sind, Rainer weiterhin zu unterstützen. Aber naja, wir werden sehen, ob nun wann die Mitgliedschaften wieder zugänglich sein werden und ob es dann noch ein Statement von Rainer gibt bezüglich seines Netzwerkes oder der nun zeitweise ausgesetzten Mitgliedschaften. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend, meine Freunde. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und Mettel auf, meine Freunde.